Wie das immer so ist, stehe ich jetzt hier bei Edeka auf dem Platz. Na, wo ist denn das Schild? Da. Und ja, die Sila Sahin hatte Geburtstag und was hat sie gemacht? Sie hat Leute eingeladen. Und was war? Sie hatte eine Prügelei. Eine blutige Schlägerei. Das gibt es doch gar nicht. Das ist echt heftig. Selbst wenn der jetzt nicht da war auf der Gästeliste oder so, ist doch scheißegal. Braucht man doch nicht zusammenschlagen, ne? Ach, nö, nö, es ist hier nicht eingeladen, schlagen wir zusammen. Leute, geht gar nicht. Bessert euch.